T160X von Kölger heißt dieser Tisch. X steht für eine Entwicklungsnummer, denn das ist ein Mustertisch, der so nie produziert wurde, glaube ich. Ich weiß auch nicht alles, aber ich habe ihn auf jeden Fall auf dem Markt noch nicht gesehen. Und das Besondere daran ist der Fuß, eine Mittel, wie nennt man das, Säule in Massivholz. Das ist Furnierensholz, wie oben die Platte auch, in Eiche. Und der Rest ist dann Metallschwarz, sehr sehr schwer und das gibt dem Tisch die stabile Geschichte. Der Tisch ist sehr stabil. 180 cm lang, 90 cm tief, 76 cm hoch, Wildeiche Furniert. Ein geschicktes Maß für sechs Personen, gehen auch mal acht, aber eher sechs. Ein schöner Tisch vom Spezialisten für Possermöbel und für Speisen, Keulor aus Michelau-Oberfranken. Ein Tisch, der nicht so groß wirkt und durch den Fuß auch die Möglichkeit bietet, mit einer Bank zu arbeiten. Eine Seite eine Bank, die andere Seite Stühle. So ist der Tisch richtig toll in der Optik und auch in der Nutzung. Ja, T160X ist ein Musterstück. 1.190 Euro ist das, was wir aufrufen. Im Fachhandel würde das Stück sicherlich um die 2.000 Euro kosten, aber wir sind ja ein Outlet. Das wissen Sie. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Wenn Sie ihn live sehen wollen, kommen Sie nach 7286 Impfungen. Und wenn Sie ihn kaufen wollen, gehen Sie auf profischnapp.de und geben oben rechts T160X ein. Danke und tschüss. Ihr Nutz Reinhard von profischnapp.de Profischnapp.de